Herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Und diesmal geht es um Beef in der Musikszene. Ja, eigentlich nicht unbedingt mein Thema, allerdings betrifft es hier eine der größten YouTuberin nach wie vor, Dagi Bee. Und ich dachte, das wäre vielleicht für euch ganz interessant. Ich hatte auch über Dagi Bee bereits ein Video fertig, wo es recht positiv auch über sie geht und auch Dinge, die ich nachvollziehen konnte. Da ging es um ihre Pause auf Instagram und den ganzen Druck, den man da so hat. Da habe ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen gesprochen, wie es mir so mit kleinerer Reichweite auch geht. Und das ist so ein bisschen Podcast-mäßig geworden. Das habe ich auf der Festplatte, das wird es die nächsten Tage und Wochen geben. Das ist so ein, finde ich, Thema, was man immer mal bringen kann. Ich habe immer ganz gerne so ein, zwei Videos in der Pipeline, falls ich mal nicht zum Videos machen komme, für euch. Und das wird es auf jeden Fall geben. Also das habe ich nach wie vor fertig. Da kam sie auch recht gut weg, weil ich finde, grundsätzlich hat sie sich eigentlich recht gut entwickelt. Ja, sie ist ja sehr früh auch in dieses Business gekommen und damals auch sehr schnell im Hype gewesen mit Leihend. Die Beziehungen in der Öffentlichkeit als so junge Frau, ja, damals noch Mädchen, ja, 16, 17, 18. Und dann als junge Frau, ja, mit der Trennung, dem ganzen Druck. Sicherlich sind da auch Fehler dabei gewesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand sie da eigentlich immer recht weit schon für ihr Alter. Und jetzt ist sie erwachsene Familienmutter, verheiratet und hat auch ein eigenes Musiklabel zusammen mit ihrem Mann Olgen. Und die wurden jetzt verklagt. Und was ums da ging, ist durchaus interessant. Denn der Rapper Art, kennen einige von euch von dem Song, belgisches Viertel, hat die beiden verklagt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal das Ganze durch. Der ganze Artikel vom SWR ist unten verlinkt, ja. Ich zahle ja hier auch meine Gebühren, von daher kann man ja hier auch mal auf das zurückgreifen, wenn man schon das Programm nicht schaut, ja. Rapper Art hat Musiklabel von Dagi Bee verklagt. Das steckt dahinter. Das Urteil steht fest, Art hat gegen Dagi und ihrem Mann Olgen gewonnen. Aber was genau ist eigentlich passiert? Einmal ganz von vornart, war bei dem Musiklabel 23 Hours von Dagi Bee und Olgen unter Vertrag. Also die haben beide ein Musiklabel und sind sehr, sehr erfolgreich damit auch gewesen. Er ist Platinkünstler bei denen geworden. Der Song hat inzwischen über 100 Millionen Streams, doch mit seinem ehemaligen Label gab es irgendwann Stress und er ist vor Gericht gegangen. Warum das? In einem Insta-Post schreibt der Rapper von heftigen Vorfällen und dass er sich bereits Ende 2022 von 23 Hours getrennt habe. Ja, das war so in etwa auch zu seiner Hype-Phase. Also ich kenne den Song auch, könnt ihr mal unten reinschreiben. Durchaus ein cooler Song gewesen. Und ich habe mich auch gewundert, warum von dem danach nicht so viel, also kam einiges an Musik, aber nicht mehr so hitverdächtig. Ja, und dann kann es natürlich auch in der schlechten Label-Arbeit gelegen haben für mich jetzt als Außenstehenden zumindest, ja. Dann ist hier Art of Instagram. Die Zurücklinien in eineinhalb Jahre waren wirklich krass für mich. Es sind Dinge gemacht worden, die ich persönlich nicht für möglich gehalten hatte oder hatte. Ja, und dann ist hier auch nochmal ein Statement. Den ganzen Post findest du hier. Statement. Nach heftigen Vorfällen habe ich im Herbst 2023 eine einstweilige Verführung gegen mein Führers-Label 23 Hours erwirkt. Diese wurde kurz vor Weihnachten vom Landgericht Köln auch nochmal per Urteil bestätigt. Deshalb will ich nun endlich meinen Fans offiziell mitteilen. Ich habe mich schon Ende 2022 von 23 Hours getrend. Die zurückliegenden eineinhalb Jahre waren wirklich krass für mich. Es sind Dinge gemacht worden, die ich persönlich nicht für möglich gehalten hätte, wenn es genauer interessiert. Was passiert das Landgericht? Köln, Aktenzeichen, schieß mich tot. Ja, dann 2024 kann ich mich endlich wieder dem widmen, was ich am meisten liebe, der Musik. Jetzt könnt ihr euch schon bald auf neue Songs freuen. Also, ja, viel Glück ihm auf jeden Fall. Ich denke, der hat definitiv Talent und könnte vielleicht auch schon weiter sein. Andererseits hatten die ja eigentlich auch ganz gut anfangen, anscheinend miteinander gearbeitet. Denn, wie gesagt, der Song ist ja gut gestartet. Und wenn man auch Dagi Bee im Rücken hat, ja, die nun auch sehr junge, gerade aus der Zielgruppe, wichtige Leute als Follower hat. Und die teilt dann mal so deinen Song, dann kann das einen enormen Push auslösen. Gerade auf TikTok und Co. Wenn man auch selbst auf TikTok sagt, ey, wir machen mal eine Challenge zu dem neuen Song, dann ist man auch ganz schnell mal auf Platz 1. Gerade, wenn der Song auch noch relativ gut ist. Und dann ist das nicht unbedingt ein Nachteil, bei denen gesigned zu sein. Von daher verstehe ich immer nicht, warum die sich da gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Aber nur gut. Urteil Art vs. Dagi Bee und Eugen Katz-Sagow. Das ist der vollständige Name. Das Urteil wurde im Dezember 2023 vom Landgericht Köln veröffentlicht. Durch den YouTuber Klängern wird das Thema aktuell diskutiert. Denn in seinem neuen Video hat er alles zusammengefasst und erklärt. Alles, was genau ist, passiert. Das steht unter anderem in dem Urteil des Landgerichts Köln. Art habe Anfang März 2022 dem vom Chef des Labels Eugen ein Geschenk bekommen. Einen mit einer roten Schleife umwickelten Mercedes. Der Rapper ging öffentlich davon aus, dass er den Wagen for free nutzen darf. Allerdings musste er dann Leasingraten zahlen, die ihm von seinem Künstler einen Namen abgezogen wurden. Okay, das ist natürlich dann wirklich Quatsch. Wenn man sowas als Geschenk bekommt, wir wollen ja hier kommen. Wir haben jetzt ordentlich Geld mit dir gemacht. Jetzt kriegst du mal hier den Bands mit roter Schleife. Und dann muss man die Leasing. Dann sollte man ja vorher auch mal fragen, willst du das überhaupt haben? Und so weiter und so fort. Außerdem ging es um eine Kooperation zwischen dem Rapper und einer Firma. Art wollte dafür 11.000 Euro. Der Labelchef bestätigte dem Musiker einen gemeinsamen Betrag von 22.000 Euro. Doch bekommen hat der Rapper am Ende nur 2.400. Okay, das ist dann schon happig. Das Gericht tagte bei der Firma nach und dabei kam danach demnach raus, dass der Vertrag gefälscht gewesen sein soll. Also auch harte Vorwürfe und krass. Also nicht nur Vorwürfe, harte Nummern hier. Also warum geht man dann auch so miteinander um, anstatt zu sagen, ey, ich bin hier Manager, ich verdiene passiv durch meinen Künstler, der gerade sehr gefragt hat, das auch nochmal geht. Ja, und zwack mir da dann 20 Prozent ab und fertig. Und alle sind zufrieden und er hat dann seine über 18.000 Euro dann. Also das ist ja dann wirklich schon so ein bisschen merkwürdig, oder? Also verstehe ich nicht. Sehr merkwürdig. Aber gut, 17.800 wären es dann, oder? Nee, also egal. Ihr könnt es ja ausrechnen. Das Gericht hakte danach, dann geht es hier noch weiter drauf und hat Art das Label verlassen. Dann gibt es hier noch ein Video von Klengern. Das wurde mir auch schon hier vorgeschlagen. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber Grüße gehen aus. 23 Hours verklagt. Was sagen Dagi und Eugen dazu? Dagi sowie Eugen haben sich bisher nicht öffentlich dazu geäußert. Die Influencerin ist seit dem 25. Januar 2024 keine Geschäftsführung des Labels mehr. Also auch interessant. Außerdem zieht sie sich aktuell auf Social Media eher zurück. Neue Single, so ging es bei Art weiter. Das ist dann vielleicht für euch dann nochmal interessant, für die Leute, die jetzt hier Fan sind. Der Rapper hat inzwischen einen neuen Deal. Er hat auch eigentlich vor zwei Wochen seinen neuen Song Showtime released. Das Lied ist allerdings inzwischen wieder von allen Plattformen verschwunden. Warum das so ist, ist nicht bekannt. Vermutlich wird es auch nochmal, wird ein bisschen nachgetreten im Hintergrund. Könnt ihr mir vorstellen. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Das weiß ich natürlich nicht. Ich rechne euch das jetzt hier nochmal ganz kurz aus. Und das ist dann auch nochmal völlig ganz interessant. Aber ja, heftige Sache. So, schnell mal aus dem Kopf. 17.600 Euro. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Wie gesagt, aus dem Kopf gerechnet ist ja nicht so schwer. 10% sind 2.200. 4.400 wären das dann mit 20%. Wenn man sich das jetzt davon abzieht als Manager. Also müsste der Künstler eigentlich, finde ich, was fair wäre, 17.600 bekommen. Und dann denke ich, wäre das auch vollkommen in Ordnung für alle gewesen. Und als Manager hat man dann auch noch, finde ich, passiv ein schönes, sehr gutes Monatseinkommen. Also, sagen wir mal so, beschweren kann man sich da nicht. Ich verstehe nicht, warum man sich da selbst das Leben so schwer macht. Gerade im Hinblick dessen, dass ja nun auch der junge Mann hier mit seinem Platin-Song auch für Erfolg gestanden hat. Und jetzt durchaus auch das Potenzial gehabt hätte, noch weitere Charterfolge zu haben. Aber wenn sie sich da rauszieht und keinen Bock mehr drauf hat und das anscheinend dann gescheitert ist, kann es vielleicht auch für sie blöd gewesen sein. Wer weiß, was da im Hintergrund alles so ablief. Wir wissen alle jetzt nur das, was jetzt hier in diesem Artikel steht. Manche vielleicht auch ein bisschen mehr. Wenn ihr da noch weitere Informationen habt, könnt ihr mir die gerne bei Instagram zuschicken. Das soll es dann erstmal für das Video hier gewesen sein. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich bleibe gerne für euch dran. Bis bald und ciao, ciao.